habe ich gerade alle teile ich finde es geil ich habe hier gerade komplett angefangen und film sechs oder sieben wenn man so die acht teile dein charakter sieht ein charakter sieht ein bisschen aus wie viva la revolution wie nur wetter 2 nicht reiner hätte was ich ich habe auch kein bekommen man man jungen jetzt habe ich beide wohl nur ein kill gekriegt obwohl okay also die zwei deswegen ich will dinge sich reinstecken ich will dinge nicht reinstecken wie das klingt weiter das war ziemlich bewusst jetzt gerade so ist klar ich kann nichts machen ja bei mir habe ich nicht getroffen das ist geil das besser so reinstecken dazu ganz langsam wieder raus jeder müsste sich einen aussuchen den er hetzen tut das wäre dann bitte den kill noch abgestorben weiter wenn du hier wirklich noch eine volle lobby hättest also ja hier müssen dann nicht 30 mann haben ja das ist was ich mache das wäre lustig das geht leider nicht mit 30 mann geht sowas leider nicht ja schade eigentlich weil da brächtest du mehr platz weil du brauchst dann auch für die entsprechenden leute auch so viele sparen punkte ja du hast doch der schatz doch in der schaum geschlossen wird das gesicht gibt mir gerade alter im wick das war gerade so aus weil ich in die leiche rei gestochen haben das zusammen gedreht wurde also wie das auch klingt normalerweise das ist weil ich das normalerweise immer genauso abends luftfeuchtigkeit es dauert was ist die blöde Ich bin doch die Bitch da hinten, Alter. Alter, zack. Zack, zack, zack. Hätte herrennen, dann schlecht das Ganze. Jetzt kann man, ich kann so kurz. Ich hab welchen Bein. Daumen, einmal quer durch, alle durch, Alter, im Rektor, über drei, einmal. Wie er auch hinterherhüpft, immer. Aber nur noch erwischt, irgendwie. Was, wird das jetzt hier Schienbein gedreht, Sven? Ja, wahrscheinlich. Aua. Hier nochmal Nachtritt. Ehrlich. Das ist die beste Runde seit langem. Alter von zwei Seiten, ihr Schweine. Komm mal her, ihr Blondi. Lass dich das. Und das ist der Markus liegen auf einer Fläche. Immer wenn ihr jemanden tippt, die euch gegenseitig sind. Aua. Könnte ich es machen. Aua. Aua. Der hatte nochmal weggedreht, und dann nochmal nachgestochen. Boah. Geh mir was. Das war ein... Das passiert hier. Ja, zu zweit. Boah, Alter. Hier ist ein Gemetzel, ey. Das ist dann immer... Enrico springt aber auch da voll rein in die Messer. Aber der hat ja irgendwie die Leiche in die Luft getreten noch. Ja, steh mir den Rücken. Aua. Wir sind immer zwei Punkte aufeinander. Das sind die Lachen. Hey! Schlaß dich doch nicht. Alter, ich hab keine Waffe. Was, wenn, wenn tut sich so ausgeklügelt immer reinhängen, dass er jetzt auf einmal führt. Mhm. Ich führ doch auch nicht, da brauch ich es nur. Ja, jetzt nicht mehr. Boah. Genau, ich... Komm her, ja. Oha. 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 Komm her! Das ist jetzt weg geworden. Nein! Vierter. Erster! Ah, meine Fahne ist so knapp. Guck mal, 20 Tote und... Ja, ist voll gut. Voll gut, gutes Spiel. Danke.